dann wird kommst du da gerade drauf gefahren du musst aufpassen die raum nicht weg ich hab's gemerkt ach du bist das ich bin hier der der seine checkpoints verirrend ey einer hieß mal vor unterstrich nachnamen im auto in irgendeinem gesetz oder die waren bei mir immer anders ist aber gut auf jeden fall weil die fand schneller als der roller das auf jeden fall rein 50 60 hier ist doch was wie heißt der eric unbekannt wir kloppen uns um einen checkpoint ich muss da selber rein er ja auch wahrscheinlich ernte vor einem grieben von 15 bei kürmelken ist das manchmal doch so verpackt dass der die random setzen hat man auf einmal treiben in einander dann bleibt man wird dreimal gefriest doch cool oder nicht ja ist einfach aber ich glaub das soll nicht so hm weiß nicht ich liefere mal meine ladung ab aktueller verdienst 2059 wow nice also ich brauch 12.000 wenn das auto ja für das auto ah für ne samtchef ja ich mach dann auch noch den motorradschein ich glaub diese äh folge noch ja was kostet der diese folge werde ich wahrscheinlich hier erst mal wieder nur arbeiten äh was kostet der motorradschein ich glaub nicht so viel ich glaub der kostet äh weniger als der autoschein irgendwie so war das dann scheiß getroffen ich weiß doch sooo ich hab blöd hier dass die kein testfahrtsystem gemacht haben man hätte ja mit nort sprechen können auf jeden fall mit dem bot sprechen können und dann macht man irgendwie so ein fahrtermin aus in fünf minuten oder so fünf minuten ne in fünf minuten damit er also es dauert ja immer dass man sozusagen termin noch macht so da können sie mal das auto fahren und so weiter das könnte man jetzt hier 149 und wird sich das ist viel auch ich weiß jetzt nicht wie viel wie würde ich jetzt kühle melken schlecht nur melken also ue über wo auch steht so gleich bei der ein ja ich merke auch mal die luft ja das ist da sollte man die engel noch abfragen aber das problem und eigentlich auch unnötig ein bisschen ein bisschen ach es gibt sogar hier ein mehr geräusch ich glaube da hat sich jemand teleportiert warum zu den checkpoints keine ahnung da flackert als einer gelle ja ja ich sehe es auch bei mir hat er sich auch teleportiert ja bei mir auch gerade zweite mal beim hintereinander gleicher checkpoint ich finde es gut gemacht hier ist ja schön aber ja wo ist es nicht aber auf jeden fall eigentlich nicht besser umsetzen ja also zumindest nicht in s&p da soll man landwirtschaftssimulator oder sowas spielen wenn man es besser haben will aber ja mancher ja ganz cool ja oh ich hab's ja auch wir schon so ab und zu mal ein bisschen abwechslung oh da stimmt bei kürt da ist sich echt einer ja melden mal mal doch der der teleportiert sich zum checkpoints hab's auch gesehen schon wie kannst du das wie Porten Cheetah melden auf dem Farmingfeld teleportiert einer zu den checkpoints hast du gemeldet hollo oh cool danke für deine Cheetah meldung unsere Administratoren werden sich schnellstmöglich darum kümmern in ernst wieso ich bin nicht durchgekommen haha so nicht mehr der Tor 2.284 Euro was 2.200 warum kriegst du 2.000 ich krieg nur 200 nein ich hab ja schon in der alten Folge hab ich auch schon gefahren achso ich krieg 2.500 voll bald Senfwässer ok ja da teleportiert sich einer ja ja meld das auch nochmal ich stand doch einmal hinter mir wir sollen sich mal drum kümmern meld das auch nochmal mein Soundpark und da denkst du einmal reicht einmal reicht denke ich man sieht noch nicht mehr den Namen oder so weißt du der teleportiert sich zu den checkpoints der hat das Feld bestimmt so oft abgefahren bis der alle checkpoints hatte so meine lieben Freunde wir sind ja ich da war er gerade wieder ja der teleportiert sich ganz klar da war er wieder der teleportiert sich zu den checkpoints ganz klar ja er hat sich die bestimmt alle gesaved das ist auf jeden Fall nicht fair nein das ist auch nicht ja da war er wieder da wieder da wieder man sieht ihn ja auch weißt du aber man sieht halt nicht den Namen das was mich gerade halt dran stört du hast mich richtig gelingt fand ich gut ja jo wie viel checkpoints musst du noch ja da war er wieder ja da war er wieder ich hab kurzen Namen ich muss mal gucken ob es in der Aufnahme drin ist er war ganz cool und du nimmst ja auch aufhelfen er hat ja das ist es positiv wird jetzt geht ja dann weil ich mir auch nicht in den Kosten auf jeden Fall der Server hat sie nicht verdient in den Tietern überhagelt zu werden ja auf jeden Fall nicht weil hier steckt mehr Arbeit hinter als in Gottversorgung ich habe ich habe auch seinen Namen kurz gesehen aber hatten schon ja ne ganz kurz auf jeden Fall das ist wenn er nah dran ist ja oh mein Gott veraltete The Sim Version ja hier steht Mähdrescher in Point weißt du auch geil hä hä er teleportiert sich so ein Penner ja und hier kam nicht jemand auf dem Desktop äh kannst du auch melden der wird gekickt ne ja ja wenn er am Weg steht ich wurde ja auch gekickt ja hier steht ein die melde ich ein allgemeiner Support gell genau ich bin Farmer äh checkpoint holen ich habe den Namen glaube ich dein Ernst ja warte äh irgendwas mit ähm ich bin grad umgekippt ja warte slash ID shit ich bin umgekippt nein ja wie hast denn das geschafft hä der Spieler existiert nicht okay irgendwas mit cool im Namen da war schon wieder einer gerade mit mir ich guck mal ob ich mit Person rein mit einer Person reinlaufen kann also mit meinem Spielcharakter oh ja einfach so hier ich bin ja grad ja das ging haha ja steig einfach aus slash ID MB cool ja ja ich hab'n ja meld den ja slash ah du kannst nur ein Support äh Ticket eröffnen MB cool ja MB cool MB cool unterstrich cool ja MB unterstrich unterstrich cool boah ich lauf auch einfach in den Point rein